Das war immer noch ein bisschen, weil ich nicht mehr ganz so atmen. Das Reet ist gedrückt. Deshalb. Das Weg... ...wann mal vorsichtig in Schwenk fahren. Wo hier schon die Strömungen anfangen. Ja. Der ist mal ein Schwenk. Das war das Rotenband an. Ja. Na ja. Das doch, ja. Oh.